Mein Name ist Marianne Behler aus Behrow und ich führe zusammen mit meiner Schwester Mechthild Rose, das elterliche Schuhgeschäft seit drei Generationen. Wir führen in unserem Geschäft aktuelle Damen-, Herren- und Kindermode von namhaften Herstellern. Der Kontakt mit den Kunden und die persönliche Beratung machen uns viel Spaß. Neben der individuellen Beratung liegt mir der Einkauf besonders am Herzen. Es macht mir Freude, mich mit der aktuellen Kollektion auseinanderzusetzen und für Bewerung und Umgebung die passende Auswahl zu treffen.